Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden jeden Tag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Ihre Sorge um andere ist sehr nobel, aber achten Sie darauf, dass sie nicht außer Kontrolle gerät. Sie neigen dazu, sich so sehr in die Dramen anderer Menschen zu verstricken, dass sie ihre eigenen Probleme, die jetzt erledigt werden müssen, aus den Augen verlieren. Gesundheit Das Bedürfnis des Körpers, Abfallstoffe auszuscheiden, ist ein Bedürfnis, dessen Sie sich wahrscheinlich bewusst sind. Wenn etwas vorbei oder erledigt ist, wollen Sie normalerweise weitermachen. Die beiden wichtigsten dietetischen Maßnahmen zur Unterstützung der Abfallbeseitigung sind, viel Wasser trinken und Ballaststoffe essen. Große Blattgemüse wie Grünkohl sind wunderbar nahrhafte Produkte. Es gibt auch knackige Apfelsorten und Trockenfrüchte, die nützlich sind. Achten Sie darauf, wie Ihr Körper Abfallstoffe ausscheidet, um zu erfahren, was Sie essen müssen. Liebe Heute könnten Sie das Gefühl haben, auf irgendeiner Ebene zu kurz gekommen zu sein. Vielleicht ist es nicht so sehr das, was ein anderer Ihnen angetan hat, sondern das, was Sie sich selbst angetan haben. Vielleicht hat sich in letzter Zeit ein Problem ergeben, bei dem Sie Ihren Überzeugungen nicht treu geblieben sind. Vielleicht haben Sie sich auf einer bestimmten Ebene unter Wert verkauft. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr morgiges Horoskop zu sehen. Bis bald!